Okay, sein 1 wird der Welt. Beweg dich, beweg dich, beweg dich hoch, beweg dich hoch, beweg dich hoch. Ja, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Heiliger Vater im Himmel. Plan deine Sprintdauer, plan deine Sprintdauer. Boah, okay. Okay. Wobei, das ist wahrscheinlich auch so ein, links liegen noch eine Truhe. Ja, du kannst ja noch. Ja, da ist auch noch, was kaputtschlagen heißt. Du bist ja jetzt gerade nicht unter Zeitraum, oder? Jetzt gerade in dem Moment nicht für zwei Sekunden. Ja, da ist noch eine Truhe rechts. Ach da. Da ist nun auch noch zwölf Truhen. Und hinter dir, wenn du jetzt links guckst, da ist auch noch eine. Ach da. Natürlich, eine Truhe von nichts. So, lass mal kurz schauen. Da sind Streichhälzer, die sind... Und noch nach dem U-Wall. Jawohl, und die Streichhälzer sind verdammt toll. Deswegen werden wir sie hier auch nicht verbrauchen können. Rechts noch? Rechts. Also? Wie wir sein können. Ja, ja, klar. Weil wir im Baden und Öl sind. Alles gut, alles gut. Und wo bin ich jetzt? Ich muss erstmal... Ich muss erstmal... Ich brauche erstmal eine Orientierung. Boah, hier war auch noch irgendwas. Warte, warte. Der Controller blockiert gerade. Rechts noch ein bisschen Schalter. Ja, ja, das ist klar, das weiß ich. Ich überlege gerade wegen was anderem. Ich glaube, es waren irgendwie Pistolenschuss, die hier noch rumliegen, an die ich gerade denke. Ja, Wahnsinn. Aber, äh, da hast du ja noch gesehen, dass da noch was lag, da kommst du jetzt noch nicht ran, ne? Nein, das, was du da siehst, da kommst du ran, wenn du sie tötest. Okay. Mir geht gerade Tötenfall am Arsch vorbei. Ja, warte, scheiße. Es ist egal, ob was liegen. Ich bin gerade ein bisschen gestresst. Ach da, das war eine Regensdauer. Ich bin aber sicher, ich muss hier auch... Ach, da oben. Ja, habe ich ein bisschen spät gemerkt. Ich muss jetzt kurz warten, also ich muss, äh... Ja, genau, ja, ja. Ja, ja, warte. Ah, da ist er. Okay. Fokussiere Bildschirm, fokussiere Bildschirm, fokussiere Bildschirm, fokussiere Bildschirm. Sei lieb. Nein, nicht hängenbleiben! Nein, nicht hängenbleiben! Ja, das ist ein kleines, oder? Oh, Patschehändchen, Patschehändchen. Ja, alles gut, mach's perfekt. Ich muss immer daran denken, ich bin kein Pro. Nee, alles gut. Mach's gut, mach's gut, mach's gut. Das ist jetzt von der Linksseite. Ja, ich bin auch in der Linksseite. Ja, alles weg. Ja, alles weg. Cool, geht gleich weiter, schön. Ja. Oh, Scheiße, Sprengfalle. Ja, okay, tot. Ja, tot. Ja, aber bis dahin ist das Problem. Also ich habe die Prozentkontrollung. Aber bis dahin sollte jetzt mal einer nachmachen. Also drei Schussverbrauch und alles perfekt sicher. Warte mal, Handgranaten. Ich brauche Handgranaten anstatt der Pistol. Jetzt muss ich das jedes Mal umschalten. Ich hätte das machen sollen, bevor ich hier reingehe. Scheiße. alter knopf das ist die ich hasse diese stelle schlimmsten spiel ja ich weiß dass du es nicht beurteilen kannst sei froh ich mache jetzt noch zwei versuche und dann kann der gute herr noch mal einen versuch wagen das bleibt ja hier gespeichert also wenn ich jetzt spiel ausmache bleibt gespeichert wo ist sie wo ist sie da schissene schlampe ich muss da hinkommen wo diese flamme brennt da ist das nächste mal dass ich nicht doch ja nicht doch und siehst du das ist also mal ab von allem anderen ein punkt den ich am zweiten spiel liebe es gibt keinen verfickten instant einmal im spiel und der ist okay ich hasse instant das kotzt mich so an das ist das allerletzte was du mit weh machen kannst alter da dann lieber kriegt habe ich denn das weißt du noch mal was wollte ich machen ich wollte das machen ja 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 hoher lauf doch ooooh ARD Text im Auftrag von Funk 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 Joa, leider viel zu wenig für unsere Fahrzeuge. Nein, falscher Knopf. Ernsthaft, ernsthaft, Alter. Dann lass doch Florian machen. Nee, du bist der Nächste. Weil Florian dran war und ich auch jetzt so genüge. Wieso das denn? Ist das richtig, Florian? Ich glaube nicht, dass wir den heute noch rumkriegen. Klar. Ich hab' den Scheißbomben gemacht. Oh, nee, wie eben. Jetzt allein. Ich hab' den gebrochen. Habe ich das eingeschaltet? Natürlich nicht. Hä? Wo bin ich denn gerade? Alter, ich weiß gerade gar nicht, was geht. Warte mal, Orientierung, Orientierung. Oh. Jetzt bin ich wieder falsch gelaufen, Scheiße. Ich weiß nicht, warum. Oh, nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie sie sagten. Ich weiß nicht, wie du vielleicht in das Maal macht. Ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, wie es nicht geschlebt hat. Wenn ich sie in den Raum kenne weiß, was ich nicht erinnert. Lassen Sie mich nicht. Ich weiß nicht, wie es nicht ganz, wie ich schon mal leseinanderfllers kann. Ich weiß nicht, wo ich nicht. Schmerz dich nicht, was ich nicht. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, wie sie ver位置iert, aber wir wollen. Ich weiß nicht. hilft doch trifft doch älter bitte ja nein ich habe eine sekunde eine sekunde mehr hätte ich gewusst ich bin einfach an erkannt hat eine an einer scheiß kante hängen geblieben das war eine sekunde genau die hätte ich gebraucht um wieder weg zu gehen und da muss ich ja nur noch rumgehen rumgehen ich hasse es ich warte viel so lange ich will da einfach irgendwie bescheuert machen aber nein oh fuck you wo ist sie denn? das ist ja gespawnt oh wegen dem hebel nein ach komm schon ja wenn du ne da ist so eine scheiß bombe die in die luft geht und wenn du die entschärfst geht das feuer aus und du kannst den hebel ziehen ich weiß von nichts ok zwei versuche noch und dann ist gut ich hab das krieg ich nicht hin das ist mehr zu das muss ich am anfang wenn du anfängst zu spielen machen ja du bist toll du bist die kreativste erfindung von bethesda seit dem urin und dem arsch zäpfchen aber mittlerweile scheinst du ganz schnell gut zu kommen naja gut man weiß ja welche nebenwand du gehst nein nein das funktioniert ja das war nicht so gut das war nicht so gut das ist ein bisschen mehr dran naja zu spät die eine sekunde du darfst du darfst nicht hängen bleiben du darfst nicht hängen bleiben das dauert ein bisschen oh nein oh nein hier kannst du übernehmen kurz und find's den kampf einfach ich muss sagen nein um das nochmal ausdrücklich zu sagen das war ein beschissen stressiger Wichsfight ja für wen hältst du dich man ich weiß wer du bist ja ich weiß auch was du für ein Wichser bist das war auf jeden Fall anstrengend und das hat der Shepard gut gemeistert wieso was willst du mich tun lassen dass sie dich mit reingezogen haben was ich will gar nicht mit reingezogen werden am Arsch gehöre ich dir ich gehöre niemanden wenn du mich benutzen willst dann bitte mit Feuchttüchern so sieht das nämlich aus ich hab auch noch ein bisschen Blut auf meinem Kittel das möchte ich nicht so hä da liegen übrigens noch ein paar Arme von der guten Frau die der Shepard gerade erledigt hat um Gottes Willen so was haben wir denn hier oh da können wir nochmal nachladen ich hab gar keine Teile gefunden achso da musst du ihn auflegen ja ja warte dann schauen wir nochmal Rot war auch nicht mehr viel zwei Schuss aber die kannst mal die die hab ich mal nach oben gepackt jetzt für diesen Part quasi das kann man nochmal umändern mach mal von den Points mach mal Schock Schockner und Explosiv und Normale normal sind ja noch drei ups fuck man warte mal ich will einmal kurz unterbrechen wir neu starten jo die auf neue starte jetzt jo so dann schauen wir nochmal das sieht eigentlich prinzipiell ganz gut aus also ich bräuchte das machen wir hier nochmal kurz nach unten so wie es war ja zwei Stück schon ja leider ja so können wir hier noch irgendwas kaputt zimmern dann haben wir hier nochmal einen Safe Raum scheint nicht da ist noch eine Fliese oder ein Kartenfragment zack Kartenfragment 20 ich glaube wir haben auch keine ausgelöst das ist schon mal gut das können wir nochmal kaputt schlagen was auch nichts bringt wie natürlich das immer so ist okay so dann gehen wir nochmal nach oben und hoffen dass wir hier noch irgendwie fettig die Munition finden wie das natürlich nicht so der Fall sein soll da liegt noch irgendwas glaube ich das scheiß Kabel gut dann bleibt uns nur der Weg durch die Tür die wir schon gegangen sind und dann ja schauen wir mal leider ist hier wie so oft nichts einfach nichts da ist auch nichts da ist noch ein Gang da ist ein Schrank wo wir uns nicht verstecken können weil wir mutig sind und uns nicht verstecken wollen ich bin mutig ja ich bin mutig ja gestern ging ich in den gestern ging ich in den kickboxverein und schrie rum was seid ihr denn für mädchen ja im krankenhaus warte ich auf und meine